Lilien TV wird präsentiert von Saturn am Ludwigsplatz 6 in Darmstadt. Die stärkste Technik aller Zeiten. Gnadenlos günstig. Mit dem Abpfiff der Saison gehen auch einige Spieler vom Böllnfalltor. Sie sagen Tschüss ihr Lilien und viel Glück für die neue Saison. Wie war die Zeit für dich? Super Zeit! Abschließende Worte? Viel Glück für Lilien! Nächstes Jahr zum Ausstieg vielleicht. Tschüss und alles Gute und ich bleibe in Darmstadt auf jeden Fall. In der Nähe erhalten, ja? Okay, ciao! Ciao! Also ich wollte mich nochmal den Namen von mir und auch von der Mannschaft, also bei allen Fans bedanken für das schwere Jahr, aber auch kann man sagen noch erfolgreicher am Ende und wünsche den Darmstadt 98 auch alles Gute und die Lilien-Fans werden schon in meinem Herzen bleiben. Danke! Er hier bleibt, Boris Kolb. Es war ihm eine Herzensangelegenheit, sich noch einmal auch im Namen der Mannschaft für die Unterstützung bei den Fans zu bedanken. An alle Fans vielen, vielen Dank für diese tolle Unterstützung, trotz einer sehr schwierigen und dürftigen Sonstunterseits, aber ihr habt uns nie aufgegeben, nie richtig aufgegeben, zumindest weil ihr habt immer, auch es war euer gutes Recht, ihr habt immer Kritik geäußert, habt auch manchmal geschimpft, war auch vollkommen zu Recht, aber also vom ganzen Herzen auch von der Mannschaft nochmal vielen, vielen Dank für diese tolle Unterstützung bis zum Schluss. Lilien TV wird präsentiert von Saturn am Ludwigsplatz 6 in Darmstadt. Die stärkste Technik aller Zeiten, gnadenlos günstig. Anyways! 3